Ich muss dieser Schule eine gute Bewertung geben. Die haben meine Familie und meinen Hund. In Berlin, das ist das coole Lieb-Ich, diese Ernst-Reuter-Schule. Mein Name ist nicht Mario und ich bin auch nicht schwarz, die Schüler haben mich aus dem Fenster geworfen. Komische Leute auf der Schule, der eine Junge tauscht grünes Unkraut in kleinen Plastiktüten gegen Geld. Ich hab letztens einen Typ mit Stuhl beworfen, als der Lehrer Fuzzi was kopieren war. Schulhof perfekt zum Sprinten, falls man von Lehrer beim Buffen erwischt wird. Luigi ist gefährlich.